Als Aroma wird ein spezifischer Geruch und oder Geschmack bezeichnet, der durch chemische Stoffe oder Stoffgemische hervorgerufen wird, die in Erzeugnissen wie etwa Lebensmitteln, Genussmitteln oder Arzneimitteln enthalten sein können. Viele Aromen lassen sich auf bestimmte einzelne chemische Verbindungen zurückführen. Diese sogenannten Aromastoffe gehören im einzelnen chemisch verschiedenen Stoffklassen an und stellen Aromaten Ester, Terpene, Alkyl, Pyrasin, Aldehyd oder Ketone dar. Oftmals sind Industrieerzeugnissen konzentrierte Lösungen von Geruchsstoffen beigemengt, um aus Kostengründen die Verwendung natürlicher Produkte zu umgehen oder um ein aromakonstantes Produkt ideal trotz natürlicher Schwankungen zu erreichen. Wenn das Eigenaroma des Erzeugnisses nicht ausreicht, werden deshalb natürliche oder naturidentische Aromastoffe als Lebensmittelzusatzstoff verwendet. Manche Geschmacksrichtungen können sehr gut mit Aromen nachgebildet werden. Für einige andere gilt dies nicht. Aufgrund meteorologischer und politischer Einflüsse kann es bei natürlichen Aromen zu starken Schwankungen in der Qualität und bei den erhältlichen Mengen kommen. Die Herstellung von Aromastoffen gewinnt wirtschaftlich zunehmend an Bedeutung, was insbesondere an der Verwendung in industriell verarbeiteten und verpackten Nahrungsmitteln liegt. Im Jahr 2011 wurden weltweit rund 10,6 Milliarden US-Dollar mit Aromastoffen umgesetzt, sowohl natürlich gewonnenen als auch synthetisch hergestellten. Zwischen diesen Untergruppen variieren die Preise stark für das jeweilige Aroma, sensorische und kognitive Grundlagen. Aromen werden im Wesentlichen durch den Geruchssinn wahrgenommen, indem bei der Nahrungsaufnahme flüchtige Aromastoffe über die Rachennasenverbindung an die Sinneszellen der Riechschleimhaut in der Nasenhöhle gelangen. Die Riechschleimhaut enthält beim Menschen etwa 10 Millionen Riechzellen, die sich ihrem Geruchsrezeptor nach in etwa 350 Rezeptortypen unterscheiden lassen, deren jeder durch eine bestimmte molekulare Struktur eines Geruchsstoffs erregt wird. Durch gleichzeitige Erregung verschiedener Rezeptorzellen ist eine weitaus höhere Anzahl verschiedener Geruchsempfindungen möglich, und davon kann der Mensch einige tausend zu unterscheiden lernen. Der auf der Zunge lokalisierte Geschmackssinn kann dagegen nur fünf Geschmacksrichtungen erkennen. Hinzu kommt noch die geschmackliche Schärfe, die über Wärme- und Schmerzsensoren wahrgenommen wird und daher nicht zu den Geschmacksrichtungen im engeren Sinn gerechnet wird. Gesetzliche Definitionen Die Aromenverordnung Nummer 1334-2008 unterteilt Aromen in sechs verschiedene Kategorien. Aromastoffe Aromaextrakte Thermisch gewonnene Reaktionsaromen Raucharomen Aromavorstufen Und sonstige Aromen Aromastoffe sind chemisch definierte Stoffe mit Aroma-Eigenschaften. In der Natur wurden bislang etwa 10.000 Aromastoffe identifiziert. Die Aromenindustrie verwendet etwa 2500 Aromastoffe. Generell lassen sich Aromastoffe in zwei Unterkategorien unterteilen. Synthetische Aromastoffe entstehen mithilfe synthetischer Verfahren. Bei ihnen handelt es sich entweder um naturidentische Aromastoffe oder künstliche Aromastoffe. Die naturidentischen Aromastoffe folgen einem Vorbild in der Natur und entsprechen in ihrer Molekularstruktur eben diesem Vorbild. B. Synthetisch hergestelltes Vanillin Künstliche Aromastoffe hingegen haben kein Vorbild in der Natur. Im Gegensatz zur früheren Aromarichtlinie 88388 unterscheidet die neue Aromenverordnung nicht mehr zwischen naturidentischen und künstlichen Aromastoffen. Bis zur Geltung der europäischen Positivliste am 22. April 2013 gestattete Deutschland nur 15 künstliche Aromastoffe für den Einsatz in Lebensmitteln. B. Etylvanillin Natürliche Aromastoffe sind Aromastoffe, die durch gesetzlich festgelegte physikalische, enzymatische oder mikrobiologische Verfahren gewonnen werden. Ausgangsmaterialien für die Herstellung können pflanzlichen, tierischen oder mikrobiologischen Ursprungs sein. Sowohl die Ausgangsstoffe als auch die Herstellungsverfahren sind natürlich. Natürliche Aromastoffe müssen in der Natur nachgewiesen worden sein. Zu den natürlichen Aromastoffen gehört zum Beispiel natürliches Vanillin. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat alle natürlichen und synthetischen Aromastoffe auf ihre Unbedenklichkeit geprüft. Die einsetzbaren Stoffe sind in einer Positivliste aufgeführt. Aromarextrakte sind komplexe Gemische natürlicher Aromastoffe. Zum Beispiel gibt es Extrakte aus Früchten, Gewürzen, Kräutern, Fleisch, Fisch und Gemüse. Sie werden genauso gewonnen wie natürliche Aromastoffe und unterliegen den gleichen gesetzlichen Anforderungen. Thermisch gewonnene Reaktionsaromen entstehen durch kontrolliertes Erhitzen Zucker und stickstoffhaltiger Zutaten. Das Aroma bildet sich wie etwa beim Backen von Brot oder dem Braten von Fleisch erst durch Erhitzen. Raucharomen entstehen, wenn Rauch in Wasser kondensiert, h aufgefangen wird. Um Raucharomen herzustellen müssen Hersteller bestimmte gesetzliche Bedingungen hinsichtlich Temperatur, Wassergehalt des Holzes und Luftzufuhr einhalten und streng kontrollieren. Aroma-Vorstufen besitzen keine oder nur bedingt eigene Geruchs- oder geschmacksgebende Eigenschaften. Sie entwickeln diese aber durch Reaktion mit anderen Bestandteilen während der Lebensmittelherstellung. Sonstige Aromen sind diejenigen Aromen, die nicht unter die vorgenannten Kategorien fallen, wie etwa grillähnliche Aromen, die durch Erhitzen von Pflanzenölen hergestellt werden. Handhabung der Aromen Damit man Aromen in Lebensmitteln besser anwenden und dosieren kann, sind sie in der Regel mit Trägersubstanzen oder Lösungsmitteln vermischt, beispielsweise mit Stärke, Milchzucker oder Alkohol. Manche Aromen enthalten aus technologischen Gründen auch Lebensmittelzusatzstoffe, wie zum Beispiel Emulgatoren oder Antioxidantien. Diese Zusatzstoffe dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie auf ihre Unbedenklichkeit hin überprüft wurden und der Gesetzgeber sie zugelassen hat. Kennzeichnungen von Aromen Die Europäische Aromenverordnung regelt die Kennzeichnung von Aromen. Das gilt für den Verkauf von Aromen an die Lebensmittelindustrie oder an Endverbraucher sowie für die Bezeichnung von Aromen in der Zutatenliste von Lebensmittelverpackungen. Der Begriff Aroma kann immer verwendet werden, wenn das Lebensmittel eine oder mehrere der sechs gesetzlich definierten Aromakategorien enthält. Es ist auch möglich, das Aroma genauer zu bezeichnen bzw. zu beschreiben. Die Zugabe von Koffein und Chinin muss immer gesondert gekennzeichnet werden. Dies gilt auch für Raucharomen, sofern sie dem Lebensmittel einen Räuchergeschmack verleihen. Die Europäische Aromenverordnung stellt besondere Anforderungen an die Verwendung des Begriffs natürlich. Diese gelten gleichermaßen für die Kennzeichnung durch den Aromenhersteller wie auch für die Bezeichnung von Aromen in der Zutatenliste von Lebensmitteln. Grundsätzlich darf der Begriff natürlich nur dann verwendet werden. Wenn das Aroma ausschließlich Aromaextrakte oder natürliche Aromastoffe enthält, synthetische Aromastoffe, thermisch gewonnene Reaktionsaromen, Raucharomen, Aromavorstufen oder sonstige Aromen dürfen daher nicht mit dem Zusatz natürlich versehen werden. Auch pflanzliches Eiweißhydrolysat, das als Würze oder Brühe deklariert wird, ist im Sinne der Aromenverordnung keine natürliche Zutat. Im Sinne des vom Gesetzgeber angestrebten verbesserten Verbraucherschutzes sollten bei der Verwendung des Begriffes natürlich die Ausgangsstoffe des Aromas genannt werden. Es sei denn diese sind im Aroma oder Geschmack des Lebensmittels nicht erkennbar. Am Beispiel Erdbeere lassen sich folgende Kennzeichnungsoptionen unterscheiden. Natürliches Erdbeeraroma Ein solches Aroma stammt entweder ausschließlich aus Erdbeeren oder mindestens zu 95% aus Erdbeeren. Die verbleibenden 5% sind natürliche Aromastoffe oder Aromaextrakte, die nicht aus Erdbeeren stammen. Diese zusätzlichen Aromen dürfen auch nur abrundend wirken und den eigentlichen Geschmack nicht deutlich verändern. Natürliches Erdbeeraroma mit anderen natürlichen Aromen Bei einem solchen Aroma liegt der Anteil aus Erdbeeren unter 95%. Dem Aroma können natürliche Aromastoffe oder Aromaextrakte, die nicht aus der Erdbeere stammen, beigefügt werden. Allerdings muss der Geschmack der aus Erdbeere stammenden Aroma-Bestandteile leicht erkennbar sein. Natürliche Aromastoffe Bei einem solchen Aroma sind keine extrahierten Bestandteile der Erdbeere und auch keine sonstigen Aromaextrakte enthalten. Das Aroma wurde ausschließlich aus natürlichen Aromastoffen hergestellt. Eine Bezugnahme auf den Geschmack der Erdbeere ist nicht erlaubt. Natürliches Aroma Ein solches Aroma enthält natürliche Aromastoffe oder Aromastrakte, die aus verschiedenen Ausgangsstoffen stammen. Es schmeckt nach Erdbeere wurde aber nicht oder nur zu einem geringen Teil aus Erdbeeren gewonnen. Auch hier ist eine Bezugnahme auf den Geschmack der Erdbeere nicht erlaubt. Selbst wenn ein Aroma die Voraussetzungen für die Verwendung des Begriffes natürlich erfüllt, darf der Aromenhersteller oder Lebensmittelhersteller das betreffende Aroma lediglich als Aroma kennzeichnen oder eine entsprechende genauere Bezeichnung, Beschreibung verwenden. Ein natürliches Erdbeeraroma oder natürliches Erdbeeraroma mit anderen natürlichen Aromen könnten folglich auch als Aroma oder Erdbeeraroma gekennzeichnet werden. Die Verwendung des Begriffes Aroma in der Zutatenliste ist also nicht automatisch mit der Verwendung synthetischer Aromastoffe gleichzusetzen. Der Zusatz von künstlichen Aromen anstelle von natürlichen Aromen kann durch eine Enantioselektive Analyse qualitativ und quantitativ nachgewiesen werden. Dabei wird das Enantiomerenverhältnis genutzt, die Eigenschaft vieler Naturstoffe, dass einzelne Aromastoffe in einer charakteristischen Verteilung ihrer Enantiomere vorkommen. Diese Analytik dient vor allem zur Prüfung von natürlichen Fruchtaromen und mit natürlichen Fruchtaromen aromatisierten Lebensmitteln. Damit kann festgestellt werden, ob die Produkte entsprechend den Vorschriften gekennzeichnet sind und ob nur natürliche Aromastoffe vorliegen. Aromastoffverzeichnisse Eines der umfassendsten Verzeichnisse organischer Geschmacksstoffe wurde bereits 1914 von Georg Kohn vorgelegt. Die Europäische Kommission hat ein Verzeichnis erstellt, das alle in der EU verwendeten Aromastoffe gruppiert. Am 1. Oktober 2012 hat die EU-Kommission nun eine Liste der in der EU zugelassenen Aromastoffe veröffentlicht. Diese wird ab dem 22. April 2013 gültig sein und nach Ablauf der in der Aromenverordnung 1.334.2008 genannten Übergangsfrist von 18 Monaten für alle in der EU hergestellten Aromen verbindlich sein. Nach dieser Übergangsfrist am 22. Oktober 2014 dürfen nur noch Aromen in Verkehr gebracht werden, die aus den in dieser Unionsliste aufgeführten Stoffen herstellt werden. Bestandteile von Aromen aus den Kategorien Aromaextrakte und thermisch gewonnene Reaktionsaromen brauchen nicht in der Unionsliste registriert worden sein. Aromen und Lebensmittel, die nicht dieser Verordnung entsprechen, dürfen aber noch bis zum Ablauf des jeweiligen Mindesthaltbarkeitsdatums verbraucht werden. Stereochemie Da die Geschmackssensoren chiral sind, besitzen in Antiomere in der Regel einen unterschiedlichen Geschmack. So schmecken die meisten D-Aminosäuren süß, während die L-Aminosäuren bitter oder fast geschmacklos sind. Der Di-Peptid-Methylister-Aspartam schmeckt nur dann süß, wenn beide am molekularen Aufbau beteiligten Aminosäuren L-konfiguriert sind. Das Terpen-Karbon riecht nach Kümmel, während Karbon minzig riecht. Die Linksform des Terpens Limonen riecht nach Zitrone, die Rechtsform nach Orange. Toxine in Aromen Für folgende durch aromatisierende Stoffe dem Lebensmittel zugeführte Verbindungen wurden gesetzliche Mengenbeschränkungen eingeführt, da sie toxisch wirken können. Es handelt sich dabei ausschließlich um Stoffe, die nicht durch entsprechende Verfahren aus dem Aroma entfernt werden konnten. Die meisten dieser Toxine werden von den Pflanzen, dem Ausgangsstoffe der meisten Aromen, selbst gebildet, um sich vor natürlichen Feinden zu schützen. Es handelt sich hier also nicht um gesteuerte Interessenkonflikte, sondern um ein real existierendes Problem wie zum Beispiel bei Acrylamid. Mit Geltung der neuen EU-Aromenverordnung am 20. Januar 2011 werden die Stoffe Angaricinsäure, Aloein, Berberin, Hypericin und Santonin keiner Höchstmengenbeschränkung mehr unterworfen. Stattdessen werden die Stoffe Estragol, Methylogenol, Teuken-A und Mentho-Puran neu aufgenommen. Die neue EU-Aromenverordnung 1334-2008 regelt in ihrem Anhang 3 Teil B, welche Höchstmengen von diesen natürlich enthalten, aber unerwünschten Toxinen in welchen Lebensmitteln enthalten sein dürfen. Für alle anderen Lebensmittel gibt es keine generellen Höchstmengen mehr. Hier wird die Verantwortung auf den Hersteller der Lebensmittel übertragen, der nach Art 14 der EG-Basis VO178-2002 beachten muss, wonach Lebensmittel sicher sein müssen. Eine Besonderheit bei den Toxinen stellt das Capsychin dar, welches als Reinsubstanz-Lebensmitteln in keiner Form zugesetzt werden darf. Über die Quelle des Chili-Extrakts aber unbeschränkt erlaubt ist, Schlüsselaromastoffe. In der Lebensmittelchemie bezeichnet man Schlüsselaromastoffe, die das charakteristische Aroma einzelner Lebensmittel prägen, mit dem englischen Begriff Character Impact Compounds. B. Vanillin als Träger des Aromas der Gewürzvanille oder das Himbeerkitten. Beispiele siehe auch, Fruchtaroma, Geschmack, gustatorische Wahrnehmung.